Also ich freue mich immer auf meine Shows, insofern freue ich mich natürlich besonders, wenn ich dann spiele. Aber auch so, wenn man reingeht und sich die Sachen anschaut, das ist schon ziemlich speziell. Also auch einfach mal den Formel-1-Wagen da so direkt vor sich zu sehen, das ist schon toll. Also zum einen natürlich ein Ausflug in die Zukunft, so wie es aussieht drin. Und musikalisch werde ich mich natürlich bemühen, die Leute, die hier sind, so gut wie möglich zu unterhalten. Ich liebe es, Auto zu fahren und natürlich am liebsten in tollen Autos. Ich glaube, wenn die so weitermachen und auch die Qualität des Autos, also ich bin gerade mit einem Infiniti abgeholt worden, das ist schon toll. Ich habe natürlich auch genauer hingeschaut im Wissen um die Veranstaltung und es ist schon ein schickes Auto. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass da ganz, ganz viel passiert.